Kuchen-Schwarzer-Tee-Schinken Kuchen-Schwarzer-Tee Und Schinken Schinken-Schinken-Schinken Das war der, ne? 5,46 Wie sieht der andere Schinken aus? 7,41 Die Hühnerknie 5,2 Und der ist auch richtig Gut, dann haben wir die Sachen schon mal umgestellt Dann räume ich hier mal eben auf Bin ja froh, dass sie es geschafft haben In den Mülleimer so ein kleines schwarzes Loch zu zaubern Dass das Zeug alles irgendwo hin verschwindet hier Der Mülleimer wird nie voll Alles klar Und weiter geht die wilde Hatz Wir brauchen mindestens zweimal Bleiche groß Geh mal weg 6,4,3 Ne, brauchen wir nicht Reiniger können wir gebrauchen So Wieder einfach hinstellen Dann passt schon Wo sind wir? Level 51 Ja, das ist ja Man kommt weiter, ne? Wie schaut denn aus mit dem Mehl Da haben wir zwei Pakete Da könnte man was zusammenfassen Drei Pakete Mehl Mehl Nudeln haben wir da Die haben wir da Makaroni Die könnte man eigentlich auch mal zusammenfassen Das heißt Wir bräuchten Drei mal Makaroni Müsli Zucker Zucker Gibt Zucker Einfussel Zucker reicht Dreimal Pablo Einmal den Und einmal den Komm bestell einfach Egal was weg ist es weg So Dann füllen wir eben auf Ne, mach mal richtig jetzt Die Makaroni hat er noch nicht gemacht, ne? Die sind aber auch langsam die Jungs Du Mann, 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 Mann Muss ich gleich machen, ne? So Im Vorbeilaufen Habe ich das mal eben besser sortiert Als meine Mitarbeiter Muss man sich mal wegtun, ey Ah, ja Das waren das noch Zeiten, als man die schlagen durfte Da war die Welt neu in Ordnung Wer hat das hier umgeräumt? Ich Bam Aber das tut weh Weißt du warum? Weil du Vollidiot bist So Das waren noch Zeiten Aber Gewalt ist keine Lösung Bam Doch So Was haben wir denn hier unten? Das ist sortiert Schwarze Soße Schwarze Soße Quatsch Hier Scharfe Soße Viermal Ketchup Mayo Komm Komm Machen wir Mayo zweimal Können wir wieder bestellen Ähm Reis Oh, guck mal Dreimal Reis Zweimal Reis Zack Das sieht alles noch sehr, sehr voll aus Beim Brot könnten wir nachbestellen Einmal, einmal Brot Eier lang können wir bestellen Eier generell Oh, Eier können wir bestellen So Schwips Hähnchen Zweimal Eis Pommes Da passen gut Kartoffeln zu Kartoffeln Kartoffeln Komm mal So Dreimal Sushi Einmal Sushi Ähm Zweimal Milch Einmal Milch Thunfischcreme Zweimal Die sind aber gut weggegangen, ne Die Thunfischcreme Moussaka Jakobsmuscheln Bier Haben wir noch Wodka Wodka Dann die beiden anderen Gerichte Das waren diese Schinken Dinger Einmal der Und einmal der So Was haben wir hier So da So da So da Der Und Der Der Und der Pulp Muss wieder weg So Ich glaube Also Bin ich Und wir fangen an So Leute Einräumen Komm Zügig Ja Da werde ich ja fertig Wenn ich das so mache Werd ich fertig Das hat große Sushi Oder das hat kleine Sushi Das hat kleine Sushi Ketchup ist da hinten Zack Das müsste jetzt das große Sushi sein Noch ein großes Sushi Reis Könnte das sein Ja Noch mehr Reis Ich habe aufgemacht Ne Ja Der Eierküs Ja Hätte man auch umräumen können Aber Ich muss ja Mich beeilen Weil Sonst kommen wir ja wieder An der Kasse In der Bredouille Weißt du Und um ein bisschen was Ist ja hier wegzuschleppen Wie man sieht Ist halt alles bunt gemischt Jetzt Ja Ich weiß Ich hätte es auch gerne anders gemacht Aber Ich habe es eilig Ein bisschen Soda in der Ecke Hier haben wir den Tonfischcreme Ein bisschen Reis Ist noch reich da Baby Bockmilch Passt da noch hin Noch ein paar Eierküs Pulpsoda ist hier Kartöffelkern ist hier unten Die sind auch alle im Gebrauch Sehr gut Die Chips passen hier hin Einfach drauflegen Das passt schon Noch ein paar Eierküs Hier können wir auch füllen Wir wollen ja nicht Dass die Eier leer laufen Von den Eiern Haben wir jetzt Auf jeden Fall Erstmal für zwei Tage Bier haben wir auch Wieder ein bisschen was Falls sich mal einer To go besaufen möchte Haben wir Einzelflaschen In der Kühlung Sehr kundenfreundlich hier Ich habe so das Gefühl Kartoffeln könnten wir Eventuell noch mal Nahbestellen Und unnergammeliger Hahn Waren auch mal mehr Als ich angefangen habe Toast war hier hinten Lade juckt So endlich mal wieder Eine scharfe Soße Nee Gleich wird schon wieder dunkel Immer diese Frampis hier Vor der Fresse Das ist furchtbar Du siehst nichts Außer diese Hohlfrüchte So ich bin gleich da Kann sich nur noch um Stunden handeln Ich hoffe das Bier jetzt erstmal reicht Hier habe ich nochmal Eier Ich habe Eier So Wollte ich nochmal gesagt haben Guten Wodka Ganz billigen Weißt du Der noch billiger ist Als der Gorbatschow Das gehört hier hin Und das müsste dann ja Das andere Fertig gerecht sein So Ich komme Kasse öffnet Sie ist auch keine Sekunde zu spät Das atmet hier noch in Stress aus 20, 40 1, 2, 3, 4 Ähm Ne 50 kann ich nicht nehmen Den kann ich nehmen Davon und davon Ja wohl Pizza und Bier Sehr gut Dosen stechen mit dem Fässchen Oh die ganz kleinen Da lässt es aber krachen 70 will es zurück haben Hab ich zufällig in der Kasse Und sonst so Kaffee wird kalt Das ist ein schlechtes Zeichen Ne nicht 50 Fussel Das sind noch 48 Da kannst du den nehmen Den und davon 3 So dann geht's Das sind ganz andere Hirnregionen Die jetzt hier gebraucht werden Beim Einräumen Ist es ja eher so Orientierung und Co Jetzt ist es das Mathematische Diese Zahlenspielerei Also es fordert schon Kann ich nicht anders sagen So Ja wir haben noch geöffnet Also noch Können wir Umsatz schreiben Aber Junge Mach doch mal die richtigen Kisten leer Ja Komm sei artig Nicht mal alles anbrechen Man muss die Mitarbeiter Ja auch mal ein bisschen Anscheißen Sonst wissen die nicht Dass der Chef da ist Man muss den Chef auch Raushängen lassen Und ich hatte ja eingangs erwähnt Die Hose ist nicht trocken Also insofern Team ohne Hose 10 12 5 6 Ihre Gesichts-OP Hat sich wirklich gelohnt War schön 27 85 Das leckere Soda Das schmeckt gut So schön nach künstlichen Aromen Und Zucker Zucker Das braucht ihr Zucker Wie schafft ihr es eigentlich So schlank zu sein Bei so viel Zucker Wie ihr hier fresset Und sauft Ich hab wahrscheinlich Schon wieder zugenommen Nur weil hier Zucker Im Laden ist Weißt du So unfair ist das Und die Regalweise Zucker Und Süßstoff Und Farbstoff Und Fertiggerichte Und Hier sind nur wenig Dicke Menschen drin Also richtig fett Ist hier keiner Nur der eine ältere Herr Der hat so ein bisschen Plauzi Alle anderen Schlank Sehr realistisches Bild Bei den guten Nahrungsmitteln Die es hier gibt Ist das sehr realistisch Sie sind aber auch Aus dem Grab Rausgekommen Oder Keine Güte Sie sehen aber auch Verlebt hier im Schatten Aus Junge Junge Ja gut Wodka und Milch Das ist das richtige Rezept Ich könnte ja eigentlich Fünfer rausgeben Aber ich bin geizig Also Gebe ich passend raus Warte Ich mach Kaffee Mal mit Kaffee Kenne ich mich ja aus Muss mich auch wieder Ein bisschen breiter Hinsetzen So was sagt denn die Uhrzeit 21.05 Wir haben erst Zwei Stunden 19 gestreamt Habe ich so spät Angefangen heute Ich hatte das wieder Mal nicht im Blick Na gut Müssen wir noch Einen Tag machen Oh Es passt mal Sehr schön Nase kitzelt Nase kitzelt Hat's geklappt? Hallo die Waldfee Guten Morgen Hirn ist wach Oh 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 Muss ich erstmal wieder Klarkommen hier Oh Ich glaub da wird Ein Karton frei Ja Hier ist einer angebrochen Sehr gut Ich glaub hier wird Ein Karton frei Aber wenigstens arbeiten sie Meine Umräumaktion ist beendet Was ne Geburt Ja Das kann ich mir vorstellen Eins 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 Das sind ja schlaue Leute Ja du Mann 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 Drei Vier Vier Ja gut Das können wir lassen Drei Drei Vier Hier passen aber doch Sechs rein Oder nicht Dann mal gucken Was er raus macht 588 Ja das kann man so lassen Müsli hab da noch nicht Aufgefüllt ne Dann mach ich das mal für euch Ja die Frage ist Was war das für ne Geburt Junge Mädchen Das ist ne gute Frage Wie das immer so ist ne So es hat sich ja gelohnt Für einen Ich hätte auch Hilfswillige machen können Ne den lässt du mal schön drin Den nimmst du raus Müsste nämlich eigentlich Passen So nämlich Bam Nimm das Hab da gemacht Hier Kann ich So Das haben wir alles Aufgefüllt Das sieht gut aus Dann können wir den Reiniger nehmen So Da sind drei drin Wie viel haben wir da drin Wer ist noch Frisch Zwölf Drei oben drauf Zehn Machen wir den wieder voll So Dafür nehmen wir den Einer bleibt über ne Kade Hätte ja klappen können So wie schaut es hier aus Spülmittel 42 30 macht den Eindruck Als wenn es richtig wäre Aber ich bin mir nicht ganz sicher Shampoo geht auch noch Shampoo Nein nicht Shampoo Doch Shampoo 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 Grün Shampoo Nicht grün Seife So Dann machen wir mal ein Lager zu 77 Kunden heute Alle wieder zufrieden Und 3400 Das ist doch mal Geld Bis zum nächsten Mal Dmesini aber Bis zum nächsten Mal Die Are Are We Be